Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Starbound. Jawoll. Wir sind immer noch, oder wieder, oder... Immer noch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile haben wir 20 vor 2 nachts. Bei mir ist erst der nächste Tag, wenn ich geschlafen habe. Ja, das stimmt. Das ist bei mir genauso eigentlich. Irgendwas geerntet hier. Und wir wollten mal ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen. Ich kann 74 Brote machen. Das gut, mach die, gib die mir, dann kann ich Burger machen. Ach nee, 37 nur. Nur. Und das ist zu wenig. Und noch 13 Bananenbrote. Oh, ach stimmt, du kannst ja auch Bananenbrote machen. Dann behalten wir ein paar Brote. Ich habe jetzt auch ein bisschen Weizen. Ja, aber die Brote kannst du ja haben. Nee, du kannst ja Bananenbrote machen. Ja, aber... Ach so, habe ich... Ah, alles klar. Ich habe aus Brot... Okay. Oder aus Brot machst du Bananenbrot, oder? Ja, ja, genau. Kann ich denn noch ein paar Torches machen? Das ist gut. Zwei. Scheiße. Aber vielleicht finden wir ja relativ schnell Kohle. Wir haben nämlich unseren Haushasen hier im Keller. Der ist gerade in der Aufnahmepause da reingehüppelt und den habe ich direkt eingesperrt. Hallo. Na, Kleiner? Willst du meinen echten Hasen sehen? Gehen wir hier rechts runter, oder? Äh, ja, würde ich sagen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir brauchen auf jeden Fall Torches. Wir brauchen den Hasen. Ja, ich habe sechs. Na, na dann. Kann ja nichts schief gehen. So, damit er nicht wegläuft. Da mäht er. Der Hase. Wie Hasen. Wie Hasen das halt tun. Oh, Gold. Mein Gold. Oh, es wird kalt. Äh, das ist natürlich scheiße. Das ist nicht so cool. Machen wir vielleicht am Haus noch weiter, bis es Tag ist. Ja, das ist halt, aber ist schon cool, ne? Dass es nachts hier kalt ist. Ja. Finde ich gut. Wir müssen uns vielleicht mal wirklich so Kälte anziehen. Guck mal, wir haben Flaggenkach, haben wir das in der letzten Folge gemacht, was? Ja, stimmt. Da brauchen wir nur viel Leder für, ne? Wie Leder. Wie viel brauchen wir denn? 15, 15, Alter. Acht. Acht. Zehn. Puh. 26 für einen. Geil. Kompletten. Für einen. Ja, ja. Für einen. Wie viel sind wir beide? Zwei. Hast du noch einen Furnace eigentlich? Alter, nicht. Nee, hab ich nicht. Mir ist hier überall arschkalt. Ja. Alter. So. Äh, was brauchen wir denn nochmal für einen Furnace? Furnace? Hallo? Ich hab doch hier. Furnace, Furnace. Furnace, Furnace. Furnace, wo bist du? Furnace? Ich suche. Ich suche auch schon. Ja. Achso, Stone. Ja, deswegen finde ich Campfire. Campfire und Kumpelstone. Campfire. Kannst du eins machen? Ich hab weder Tortures noch Unrefined Bullets. Wir müssen raus. Ah, nee, ich hab ein Campfire. Okay. So, und irgendwo hab ich auch Cobblestone hier drin gehabt. Ja, ich hab 100.000 Cobblestones. Warte. Ich hab auch. 576 hab ich. Nee, so viel hab ich nicht, aber ich hab genug. So, Furnace. Bastel den vielleicht mal hier irgendwo hin, dass wir noch eine zweite Wärmequelle haben. Oder? Der will jetzt, dass wir ein Distress Beacon bauen. Ja, Wärmequelle ist nicht verkehrt. Aber der muss ja irgendwo stehen, wo es... Ah, mach doch in die Küche. Weil der Schmelzofen sich da so gut macht in der Küche. Ja, wir machen irgendwann noch so einen kleinen Workshop auf. So Da Vinci's Workshop. 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 Gut, dann machen wir den. Jetzt wärme ich mich an deiner Taschenlampe. Da so hin. Zack, ist mir heiß. Ja, an meiner Taschenlampe, du. Ich werde mal was einschmelzen hier. Nehme ich raus, keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Oh, darf ich grad mal schmelzen? Bitte. Dann kann ich nämlich vielleicht mir auch eine Goldspitzhacke machen. Oh, der Herr. Wir haben noch keinen Amboss. Scheiße. Hast du den nicht mitgenommen? Ich glaube nicht. Was brauchen wir denn dafür? Ich hab, glaube ich, echt nur aufs Holz geachtet. Scheiße. Du Idiot, ey. Ah, ich kann einen bauen. Okay. Ach, das kostet gar nicht die Pixel. Seh ich gerade. Die da stehen. Hä? Warum stehen die denn da? Das ist der Verkaufspreis, wenn man das irgendwie verkauft. Ach so. I'm a merchant. I'm a merchant. Hey. So, Thunderpunt. I want a very bad time. Like a merchant. Ironhunt. Das ist übrigens gerade viertel vor zwei. Nachts. Und wir singen. Ich will kein... Ich will Gold. Gold! Wie? Ich hab keine Silverpick-Ex? Ich hab doch eine Silverpick... Ach, jetzt geht's. Oder was? Oder was? Hier steht... Ich hätte keine Silverpick-Ex? Muss ich im Inventar haben vielleicht? Das weiß ich nicht. Warte. Zack. Ja, jetzt geht es. Ah. Sub. Goldpick-Ax. Du hast nicht zufällig Platinum? Nein. Also Platin... Platinium? Nein. Hab ich gar nicht. Du Lügner. Jetzt könnte ich mir schon mal eine Platin-Spitzhacke machen. Ja, Sekunde. Kannst du auch. Na? Warte. Wirklich? Wirklich. Wirklich? Wirklich? Wie viel brauchst du denn? Äh. Das weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ja, aber musst du wissen. Äh, sieben Bars. Ich hab, glaub ich, drei. Warte mal. Oh. Nee, ich hab mehr. Aber wo? Ja, wenn dann die Decke leuchtet, hilft nicht weiter. Ja, warte. Der Taschenab oder so um dich her leuchtet. Komm, wir gehen jetzt runter. Wir wollten runtergehen. Jetzt ist es Tag. Ja, ich hab tatsächlich nur drei. Ja, egal. Unser Hase bleibt da. Der Hase. Der Hase. Sekunde. Ich muss mal gerade hier mal... Wo hab ich denn jetzt? Gold, Pigaxe. Ich hab ja auch noch die Silver. Warum hab ich denn noch die... Hallo? Hast du zwei? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Hunting Bow, Silver, Pigaxe. Wo ist denn meine Gold? Hallo? Hi. Mein Gold ist weg und ich hab ne Silber, Pigaxe. Das ist ja... Oh, komm schon. Au. Ich gucke jetzt hier alles nochmal durch. Silver, Pigaxe. Bin ich total irre gerade? Ja. Kraft, Gold, Pigaxe. Pigaxe. Max, don't have... Oh. Jawohl, da hab ich sie. Okay, ich komm mit. Nö, nö. Wo sind sie denn? Lorenz. Gibt's denn nicht irgendwie... Ah, mit Shift-Click könnte ich das direkt mitnehmen. Okay, verstehe. Ja, ich hab trotzdem noch keine Fackeln. Das ist ja total doof. Warte mal, jetzt wo grad Tag ist, hol ich vielleicht erstmal Holz. Es regnet wieder. Oh. Geh nicht raus, es regnet. Also ich geb dir gleich Fackeln. Ne, warte mal. Ich glaub... Das geht schon. Ne, hier ist die Höhle zu Ende. Dann grabe ich noch so weiter. Ja, komm her, ich geb dir Fackeln. Ja. Oh, hier ist Sandstein, okay. Jetzt macht er sich einen eigenen Weg da. Die zwei güldenen Spitzhacken. Und Cobblestone. Ich würd sagen links lang. Und mehr Cobblestone. Ich würd sagen rechts lang. Ja. Kupfer. Viel Kupfer. Können wir bestimmt mal gebrauchen. Im Cobblestone. Ja, aber mit zwei Spitzhacken geht der Cobblestone. Wenn wir denn beide die gleichen bearbeiten. Falls. Da wollte ich gerade zu meinen Zigarettenpackungen greifen. Eine Rauche. Das wär aber nicht so. Also willst du jetzt... Warte, ich mach mir mal ein paar mehr Torches. Ich kann nämlich 29 machen. So, ich hab jetzt 61. Und ich geb dir mal welche. Oh ja, da nehm ich die Hälfte. Das kann ich nicht so schnell rechnen. Musst du nur rechts draufklicken. Ah, Tatsache. Dann hast du aber 31. Na egal. Na egal. Ey. Ey. Was macht es? Da. Ne. Du musst sie auch nehmen. Ja, okay. Ich fang sie hier. Du musst sie auch nehmen. Da, das hab ich so über den Berg geworfen. Männlicher Mann, ey. Hast du sie jetzt, ja? Ich hasse sie. Was ist das denn hier alles? Kohle im Kobbelstöhn. Kohle im Kobbelstöhn. Ich seh im Server immer hier Liquid Error, Liquid Error. Wenn du da den Sand wegbaust. Aha. Dann kommen ganz viele Liquid Errors auf dem Server. Das ist ja spannend. Ja, alle mit einer verschiedenen vierstelligen Nummer dahinter. Ja, wir kennen uns aus mit Programmieren. Ja, total. Ich weiß, was das heißt. Sloppy Programmiert. Sloppy? Faker Deutsches Wort dafür ein. Wie heißt es denn? Schlampig Programmiert. Ui. Es hagelt Liquid Errors. Wir können so viel Glas machen. Lass uns eine Glasbläserei eröffnen. Okay. Familienbetrieb. Und die, die das zweideutig verstehen, für die hab ich meine rote Taschenlampe. Die kriegen dann was anderes. Glasen. Was denn? Die Mundharmoniker. Den Marsch, genau. Oh, das geht schnell hier. Yay. Ich komm mir vor, wie der Matrix mit den ganzen Fehlermeldungen da. Die rauschen da durch. Ja, es ist immer noch die Beta. Immer noch der Angry Koala, oder wie? Ja, ne? Ja, ja, genau. Aber Koala sind doch nie böse und wütend. Und du hast schon mal einen gesehen, ey. Das sind Viecher, ey. Das sag ich dir aber. Das sind meine Vorbilder. Die schlafen irgendwie 30 Stunden am Tag. 30 Stunden am Tag. Boah. Nehmen wir auch die Zeit, ey. Will ich hier je wieder hochkommen? Ne. Wir kommen hier auf gar keinen Fall hoch. Und wenn wir hier irgendwie sterben und respawnen, dann natürlich genau im sauren Regen. Oh ja, schön. Wir müssen einen Regenschirm craften. Craften? Da war ich mir nicht sicher, ob ich craften oder craften sagen wollte. Ja, man kann doch bestimmt auch andere Schutzkleidung holen, wenn es schon so Schneezeug gibt. Müsste eigentlich, oder? Ja. Oder vielleicht kommt das noch. Kann natürlich auch sein, dass es noch nicht ist. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, genau. Also ich denke, das wird auf jeden Fall. Ich glaube auch, es kommen noch so Lava-Schutzdinger. Kann ich mir gut vorstellen. Echt? Das wäre ja wiederum krass. Naja, wir sind ja immerhin mit Raumschiffen unterwegs, oder? Ja gut, das stimmt. Wir sind ja jetzt nicht hier wirklich Terraria- oder Minecraft-Setting. Oh, ich habe Hunger. Wir sollten vielleicht mal bald unser Haus aus Sandstein bauen. Das wäre angepasster für die Wüste. Weißt du, das ist das, was wir gerade hier abbauen? Ja. Sandstein. Sandstone-Block, ja. Da haben wir auch genug von. Und das ist auch stabil. Und das wäre halt auch schon Stein. Das wäre ein passender Stein für die Wüste. Ich habe Angst, dass wir gleich hier durchbrechen. Und dann holen wir uns noch so Beduinen-Kopftücher. Ja, genau. Oh, mein Burger heilt mich immer noch. Das ist ja krass. Also Burger ist echt der Mega-Heiler. Gold! Eisen! So wie du ihn in World of Warcraft anbringst. Ja, ooooh. Das ist ein Pfeil. Fast. Das Gold, die Gold- Flößerei war fast ein Pfeil. Was haben wir denn da? Oh! Silber oder Platin? Das kann ich nicht auseinanderhalten. Ich glaube, Platikoala. Was? Kohle ist da über uns. Was ist das? Wahrscheinlich wird es nur Silber sein. Ja, bei der Menge. Ja, ja. Schade eigentlich. Ich hatte schon die Hoffnungen oben, wie man so schön sagt. Sagt man das? Im Englischen. Hopes up. Achso, ja. Don't get your hopes up. Du hast aber nicht alle Kohle abgebaut. Alter! Was denn? Was seid ihr denn, ey? Hasen. Lebe. Hasendinger. Und die rächen uns nicht, dass wir den Hasen oben gefangen haben. Ja, das ist schön. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Oh. Du Arsch. Ja, direkt mal. Ach, Diamond. Oh. 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 Oh, Diamond, ey. Schon wieder. So. Was haben wir da? Das fällt runter. Das wäre blöd. Blöd. Sandstone wollen wir noch. Hier, das ist angemessen, denke ich. Das passt auch in die Umgebung einfach. Achso. Ich wollte jetzt mit Eis bauen. Nein, ich nehme Dreck. Aber das ist so schlimm, ey. Ich könnte stundenlang weitermachen hier. Ja, dabei ist es echt schon spät, ne? Ja. Also ich glaube, WoW hätte mich jetzt, da hätte ich irgendwann gesagt, ey, reicht erst mal wieder. Aber hier ist echt sehr strange. Sehr, sehr strange. Ja, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, die Entwickler. Dass das so ist, wie es ist. Wir sind ja nicht die einzigen. Nee, eben, denen das so geht. Wie viele Pixeln hast du? Ich habe 295. Oh. Warum so wenig? Wahrscheinlich, weil ich so oft gestorben bin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Huch. So. Oh, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ob wir hier auch mal irgendwie, ob wir hier irgendwann Zivilisationen finden? Reste von Zivilisationen? Auf diesem Wüstenplanet, die jemand gelebt hat? Nee. Glaube ich nicht. Ist auch nur Silber. Schade. Oh, gleich bricht es über mir zusammen hier. Ich finde es übrigens amüsant, dass Grog noch nicht den Kompass gefunden hat. Ja, ne? Wo bist du? Wo bist du? Ja. Oh, gekonnter Sprung, der Herr. Ganz heldenhaft. Es leckt wieder ein bisschen. Ja, das habe ich auch gerade im Spiel gesehen, ja. Wahrscheinlich wie in den ganzen Liquid-Errors. Ja, das wird so sein. Kohle. Eisen. Hier gibt es viel Kohle, Mann. Das ist richtig, ja. Welch ein begeisterter Kommentar. Ja, das hätten wir vorhin gebraucht. Ja. Aber jetzt haben wir auch, jetzt können wir dann und dann. Ja, können wir auch. Was ist hier? Ach, Gravel. Da sind immer neue Schächte, die hier sind, ne? Ja. Da sind immer neue Schächte, die hier sind. Die sind hier. Oh! Was denn? Kohle, Kohle. Ach so. Ich dachte, irgendwas Tolles. Ja, voll viel Kohle. Was bist du denn? Aha. Magmarock. Hatten wir das schon mal? Ja, habe ich im Inventar. Okay, schön. Oder hatte ich zumindest vorhin im Inventar. Ich weiß nicht. Hattest du mal früher. Ja, damals. Als es noch voll hip war, Magmarock zu haben. Ja, ist ja auch eine Richtung vom Metal, ne? Ja. Mag Marock. Ich mag Marock und mal nicht. Oh Gott. Wenn wir jetzt sagen, es wird spät, es ist spät. Ja. Es wird schon wieder früh. Guten Tag, die Herren. So hipster spät. Ja, genau. So spät, dass es schon wieder früh ist. Was ist das denn? Das weiß ich aber auch nicht, ey. Das kannst du auch machen. Das kannst du auch ein Rätsel. Ich kann es einfach... Ach, sind Blumen? Toll. Toll, ey. Blumen. Wer braucht das? Ja, ich nicht, ey. Oh. Aber viele... Was machen denn hier so viele Blumen? Das verstehe ich auch nicht. Sind hier Floraner? Unter der Erde? Vielleicht kommt hier so ein Jumpscare-Viech groß auf den Bildschirm. Das wäre mal was anderes. Schade, dass man das nicht mitnehmen kann, diese Blumen. Oh doch, ich habe jetzt Neon-Melon-Seed mitgenommen. Melon. Sprich Freund und tritt ein. Aua. Magmarock, du Arsch. Ich kann hier nichts mitnehmen. Ich habe jetzt ein Neon-Melon-Seed mitgenommen. Die Neon-Melon. Meine dicken Angen-Finger. Meine Affen-Finger nicht für gemacht worden. Ach so. Das kann natürlich gut sein. Oh, plant ihn, plant ihn! Ich habe Iron-Ohre. Damit gebe ich mich auch zufrieden. Ah, Wasser. War das hier das Platin? Ja! Oh mein Gott! Oh Gott, was hat das? Alles schön sein. Ach so. Alter. Da müssen gerade sehr, sehr viele Liquid-Arrows auf deinem Bildschirm. Ja, ich sehe ein paar. Alter! Du Scheißvieh! Na? Da ist mir erst so ein Vieh gefolgt, ist mir hinterher gelaufen. Ich habe gedacht, na komm, greift eh nicht an und dann greift es mich an. Was? Hat sich schnell umentschieden. Ja, wirklich. Wirklich! Wirklich! Es war wirklich nur. Wirklich! Es ist gar ganz genau so, wie ich es erzähle. Stirb! Manu. Du bist manchmal so nett und dann wieder so gemein von mir. Ich weiß, kann dich gar nicht einschätzen. Oh, ich habe gar kein Bandageen mehr. Zack, jetzt habe ich wieder 55. Bandageen. Wo bist du jetzt eigentlich schon wieder, ey? Guck dir auf einen Kompass, ey. Was für einen Kompass? Du hast gerade angehört wie Turbinator. Echt? Ja. Geil. Ach, seid ihr lieb? Ach so. Nee, nee, nee. Doch. Ach so. Wo sind denn jetzt meine blöden, meine blöden hier? Sag mal. Deine blöden hier, die sind da. Ah. Hinter dem Mond gleich links. Ich habe doch gerade weg. Die sind weg. Was denn? Meine Bandagen. Ach so. Irgendwo werden sie sein, junger Padawan. Ja, genau wie die Goldpickaxe vorhin. Die war auch auf einmal weg. Ja, die ist bestimmt da. Ich sehe keine Bandagen. Ich habe keine Bandagen. Die liegen auf dem Boden vor mir. Ach. Die Penner. Die Penner. Okay. Sandstone sammeln wir, hast du gesagt? Ja. Fein Sand haben wir. Sand am Meer. Aua. Ach, hier sind die Pferdemenschen wieder mit leicht überarbeitetem Model. Aber wieder mit Kühlergrill. Au. Oh ja, oh ja, oh ja. Hast du sie auch? Ja. Ich wollte gerade zu dir und auf einmal springt mich so ein Ding an. Schweinerei. War die Sender? Oh, mir wird kalt. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe mich umentschieden. Ja, manchmal muss man dazu stehen. Dazu stehen. Schalababum. Schalababum. Platin. Zip. Zip. Geht direkt die Hose auf. Ja, und ich kacke grüne Kötel, auf denen ich mich nach oben beame. Das ist, glaube ich, Silber hier, oder? Ja. Scheiße, ey. Aber können wir vielleicht ein bisschen Besteck draus machen? Mhm, vor allem in der nächsten Folge. Oh. Verdammt mich. Ja, gut. Eine Riesenhöhle wartet auf uns. Mal sehen, ob wir sie in der nächsten Folge erkunden können. Warte, ich komme eben noch zu dir. Ich komme eben noch zu dir. Okay. Solange kannst du noch rumköteln. Ich glaube, ich bin genau da, wo du gesagt hast, Köteln. Ja, wenn du da grüne Erdblöcke siehst, dann war ich das. Ja, vielen Dank. Na. 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 Vielen Dank. Na. Vielen Dank fürs Zusehen. Na. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss.